Schönen Dank wieder. Das ist eine große Herausforderung. Musik Richtig schmarrn würde es jetzt. Richtig schmarrn würde es jetzt auch schon gesorgt werden. Richtig schmarrn würde es auch schon gesorgt werden. Richtig schmarrn würde es. Richtig schmarrn würde es. ... wo das er guckt ist. Das ist ein Rupen-Schmäholster da. Die Beine für das Erbefühl unterwegs, die das jetzt in Angriff startet, muss aber auch da wieder zurückstecken. Letzte Runde 9 für Dieter Diesel in der Fahrt. Mit der Beine für das Erbefühl. Jetzt kommt hier noch ein paar Fahrt. Was? Was? Die Beine für das Erbefühl. So, jetzt der Tierheimlauf. Dieter Diesel in der Fahrt gewinnt mit respektarmen Vorsprungen. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's.